Ich bin das Pferd. Ich bin der Esel. Ja, das passt zu dir. Welche Figur nimmst du? Ich nimm den Stier hier. Der passt am besten zu mir. Ich nimm den Stier hier. Oh, verdammt. Was hast du geraucht, Alter? Wieso? Was ist was für ein Stier? Das ist doch der Hund. Das ist Doma. Ja, sorry, dann ist das ein Hund. Nee, dann passt der nicht zu mir. Jetzt gibt's dann eine Omi. Ich dachte, das wäre ein Bulle, aber gut. Nee, dann nehm ich... Ich hab grad beschlossen, wir haben die Folge schon wieder angefangen. Dann nehm ich die Schubkarre. Damit ich mir ein ganzes Geld brauche. Wenn wir die sonst noch von der Party nach Hause bringen, ja? Ja, genau die. Ach, ich bin da hinten. Ja. Ich würde sagen, nehmt sich mal jeder selber. Jo, klar. 1500, also müsst ihr selbst aufteilen. Hauptsache, ich hab 1500. Gott, 1500. Ey, 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 ey. Warte, warte, warte. Hey, hey, hey. Was war das? Nicht so lange gedrückt halten, das ist einfach der ganze Stapel. 1500? Okay. Den ganzen Haufen weg. Achso, warte mal. Jetzt hab ich schon so viel genommen. Ist das hier einer? Ja. Ja, legt's am besten so hin, dass man auch sieht, wie viel man hat, ne? Sonst. Ey! Was los ist hier mit dir? Ey, was ist hier los? Zwei. Ey! Ey! Ey, mein Schein! Die Kasse wird immer leerer, keiner hat Geld auf das. Ey, das, was wird denn das hier? So, jetzt. Äh, 1000 hab ich. 1000. 100? 1200. Ich muss da hinten hin, jetzt hab ich das Geld hier hingelegt. Sag mal, wir hatten das Geld hier vorne bei mir hingelegt. Ich, Kurt. Ihr könnt doch auch drawen, ne? Dann habt ihr es auf der Hand und könnt es von der Hand ansortieren. Warte, man kann es auf die Hand nehmen? Du kannst es drawen, ja. Achso, das ist ja viel besser. Ja, ne, dann drawen wir das einfach. Kannst du es nicht, ne, auszeilen gegen dich, ne? Weißegal, jetzt haben wir hier schon. Auszeilen gegen, glaub ich. Warte, kann ich auch gucken. So, Mann, zwei, drei, drei, fünf, fünf. Ja, doch, austeilen geht auch, merke ich gerade. Ja, gut, das hätten wir vorher wissen können. Hier von euch noch einen. So. Das sind jetzt. Ey, ihr könnt euch eigentlich auch einfach drei, fünf Latter nehmen und wechseln dann gleich. Okay, jetzt gleich wechseln oder später? 1000 Weil die einer braucht man eigentlich gar nicht, oder? Keine Ahnung, die filmen wir auch nicht, das billigste kostet 60 Und wenn es ist, dann so eine Malrechnung mit Dings, wenn du da wie würfeln musst 1200 Für Elektrizitätswerk oder so Alter, wieso das da schon wieder so windig? Ja, das kann sein, aber dann können wir auch noch wechseln, wenn wir einer brauchen Oh, 1300 Das Gute ist, eigentlich hat jeder von uns der 2-Spielfelder-Platz, ne? Oh Oh Ah, ich sehe aber nicht, welches Geld der aufwand hat Also wenn sich jetzt gerade einer nur 500er genommen hat, dann merkt das auch keiner Wir sollten es ja schon hinlegen, dann Also nicht aufwand lassen Wo ist der 10er-Stapel? Ach, hier Oh, wer von euch hätte schon wieder einen 10er-Stapel gegeben? Ja, den ganzen 10er-Stapel mitgenommen Jetzt bleib ich bei bleiben Ah, geil Geil, geil, geil Danke Äh, den nehm ich noch So, dann hab ich Ey Eins Zwei Zwei Drei Vier Fünf Und Zehn Einhundert Einhundert Drei Durcheinander Erst Folge nur Geld verteilt Ja Warte, nimmst du schon auf? Ich mach mal, ja, ja Ach so Would be a shame if someone would flip the table Wer würde sowas tun? Da rechts steht ja sogar die Verteilung Ja, ach Mensch Ja gut, das ist ja Also diese eine lasse ich jetzt weg Also die braucht man wirklich nicht Wahrscheinlich nicht, ne Wenn kann die Bank ja wechseln Ja, die Bank hat die Umscheine Verzeihung Willst du nochmal MP3-Player raus? Äh, ja, warte, warte Ähm Du musst spunky, ich mach DJ Äh, meinst du? Ja, ich kann hier aber nicht meine eigene Playlist reinnehmen Also mach dir mal keine Gedanken Ne, dann, äh, ist Instant Bun Wieso? Ach, weiß nicht Also die Musik höre ich jetzt nicht so häufig, die du gerade in den Kopf hast Und wenn er eigentlich gar nicht, also Ja, ja Ambiante Ich meinte wegen Copyright, aber Tja Ach so, oh ja Was, Monitors? Ambiante Oh Sag mal, wie viele Schleider willst du noch auf deinen Stapel packen? Herr Kopfhantung Äh, ich hab gerade ein Mikrofon raus gehabt, weil ich laut gezählt habe Bis ich es endlich mal Weil die halt leider auch nicht Wollte dich nicht füreinander bringen Wäre doch leider nicht in Reihe sortiert Mann, Mann, Mann Und einmal flippen Und flippen Ja So weit ist es noch nicht Wir sind noch nicht immer Rage quitten hier Ja, da ist natürlich geiler, wenn du es kaufst, ne? Bei Steven, nur Monopoly Dann hast du es natürlich ein bisschen einfacher alles Naja, klar Der ganze Tisch nicht flippen Der ganze Tisch nicht flippen Ist richtig Und warum liegt mein Geld eigentlich hier? Ja, aber warum liegt da ein Zwanni auf dem Feld schon wieder? Wie kann ich einen ganzen Geldstapel hier nehmen? Wieso willst du einen ganzen Geldstapel? Nein, ich will meinen ganzen Haufen hier da drüben haben Ne, einzeln musst du das mal hier Ich helfe dir Wat? Komm mal hin hier, die Kacke Habt das da hinten bald mal Keine Ahnung Eintrig laut mir geht Ich helfe dir beim Sortieren Hey, irgendwie gehen hier Scheine rüber nach links Was ist da los? Ich mache die Folge den 60 Minuten an, glaube ich Na, ein Spiel, eine Folge, oder? Achso, ne, bei Monopoly kannst du bis dahin sein Achso, das ist ohne 500 Tage Was hast du hier für eine Verteilung gemacht, Alter? Hä? Was macht ihr da? Ja, ey, die packt mein Geld immer woanders hin hier Jetzt haben wir es Hast du eine 1,5er? Ja, ich habe nur 1,5er genommen Die doch da Hä? Hast du jetzt nach dem Start geht gegangen, oder was? Ne, eigentlich nicht Aber anscheinend schon Ja, wieso denn nicht? Ne, bin ich nicht Mal was hast du denn hier gemacht? Du brauchst 1,5er Du brauchst 1,5er Du brauchst 1,5er Ja, ist richtig Wollen wir anfangen, oder? Ja, ich glaube, Herr Kopf Ich glaube, du hast zu wenig genommen Ja, dann ist es auch okay Der liegt wieder irgendwas auf dem Fußboden Ne, das geht nicht Auf dem Fußboden 500 Ey, warum liegt denn hier noch ein 10er? Ist das deiner, oder? 1,2 Oh, der ist jetzt auf dem Fußboden Eigentlich nicht Ja, das Anfang Ich gewinne eh Das ist scheißegal Vom News mache ich mit einem Dollar Okay, okay Ja, mit einem So, dann erstmal würfeln, wer anfängt, oder? Ja Okay Dann Eine, drei Oh mein Gott Oh, eine drei Äh, rechnen wir eine rechte Würfel hier Was? Ja Ah, der hackt doch Oh Ernsthaft Ich glaube, rechtsklicken und roll ist einfacher So werfen geht eigentlich auch Ja Aber ja, dann fängt andere an Zen Mumbai Achso, die Karten können wir mal mischen hier So Ernsthaft Alter, wie hast denn das gemacht? Alter Ich dachte doch, du cheatest Was ist denn beim Pasch nochmal, oder nicht? Äh, ja, nochmal Nochmal, ja Aber drei Was war das? Zweimal Pasch dann im Gefängnis, ne? Ja Kommt mir aus, ja Einmal, ja Nein, beim dritten Mal Beim dritten? Äh, dreimal ist so selten Elise Ja, gut, genau, dreimal Straße, äh, kaufe ich direkt mal Äh, Alter Und Dann einmal 100 Dollar an die Bank, bitte Äh, Straßen Straßen von anderen wegkaufen Die jetzt, sag ich mal Wenn ich jetzt, sag ich mal Die Poststraße möchte Kaufen oder sagen, nö Du kannst dann handeln mit dem Aber nur, wenn er das auch möchte, ne? Weil sonst haben wir nachher Ihr müsst euch dann einigen, ne? Bestimmt gar keine Hotels Bestimmt nachher Ja, das kann sein Ja, ihr könnt ja schon So ein bisschen fair spielen Dass man dann auch Wenn es Sinn macht Äh Ich bin im Arsch Wie wird dich gespielt? Fair Ne, muss ja schon Für einen fairen Preis Gehandelt werden Naja, das ist klar Aber ich war so Dass es halt Sinn macht Wenn er jetzt Siehst du, okay Er hat kein Geld Äh Dass man da nicht hochpokert Oder so Also ich bin fair Gerade dann Die Badstraße Würde ich schon mal Ganz gerne abgeben Für 5000 Ja Vielleicht solltest du es erstmal Würfeln Eins, zwei Sechs Eins Guten Tag Soll ich die kaufen, Herr Zinn? Für Sie Für mich? Ja, gerne doch Entschuldigt, bin ich eh noch ein Hundert? Nein Äh 200 200 Naja, ich kaufe sie dir Und du gibst mir 200 Achso Ja Also du kriegst Du gibst mir 200 Und darfst dir die Karte nehmen Ja, was geht Er gibt 100 an die Bank Und 100 an dich Wollte ich gerade sagen Ein Hunderter muss auch an die Bank gehen Genau Ja, wann hast du ja nichts Doch, du kriegst ein Hunderter Doch, ein Hunderter habe ich dann Hä Ja, so ein Hunderter an die Bank Ein Hunderter an dich Äh Ey, ich habe das meiste Geld Ich sehe schon Nächste Runde sind da drei Hotels drauf Und wir sind alle bankrott Ja Das mache ich auch nicht nochmal jetzt Ey Leg mir doch die Karte verdürft Alter Achso, denn mit der Karte, Mensch Versuchst du mir die Scheiße zu machen mit 200 Ping 700 Eine Karte ziehen Also lieber Vodafone AG Falls ihr das hier seht Macht uns vernünftiges Internet Dann können wir auf das Beste Let's Playen für euch Folgen für euch Ich erhalte 150 Am Ars Am Ars Wo ist die Karte? Okay, 150 An dich 100 Und 150 Dankeschön Ha So Ich habe mehr verdient als Flo So Äh, dann bin ich Oder was? Ja Ja Das müssen wir auch mal in Echt so spielen Manobody Das ist bestimmt geil Ach Ach nee Ich hätte heutzutage noch in Echt Die Elisenstraße Wie viel kriegst du denn? 60 Wahrscheinlich Vier Warum sind deine Karten schwarz? Mach die mal richtig Ja, weil die Weil er sie auf der Hand genommen hat Er soll sie nicht auf der Hand nehmen Äh, die Elisenstraße Hätte Sechs Siehst du Jetzt brauchen wir die Einer Sechs? Sechs Ja Ja Pass auf Ich gebe dir meine zwei Fünfer Und dann nehme ich mir vier Ah nee, warte Hast du Einer? Ich muss ja von dir welche nehmen Nee Nee, warte Dann packe ich einen Fünfer auf die Bank Ein Einer geht an dich Und vier gehen an mich Klasse Ich habe einen Einer Äh Habt ihr mal gesehen Wo wir überhaupt spielen? Wir spielen mitten auf der Straße Ja, ja Gleich habe ich ein Auto Und einer Abtäker Spielen wir an der Abtäker Dann ist der Herr Rinn wieder dran Ich bin mir nicht ganz sicher Ich glaube, das ist hier Äh, Pharmacy, äh, Italien, oder? Kann das sein? Pharmacy, das kann so ziemlich in jedem Nee, ich meine so So grundsätzlich So, keine Ahnung Ich weiß nicht Abtäker Das klingt für mich mehr so Äh, äh, griechisch Acht Ja, das kann auch sein Ich habe eine Acht Äh Zwei Äh Äh Ähm Sechs Sieben In Münchener Straße Äh, hätte ich gerne auch direkt Ja, hätte ich auch gerne direkt Ich gebe dir mal 200 Nimm den 20er, ja Mach das mal Wenn du dich traust Vor allem der Kripo sitzt direkt Near in der Bank Nachher ist es ein Kabel Das würde keiner mitkriegen Nee Nee Würde überhaupt nicht auffallen Wenn ich auf einmal ein ganzes Stab hätte Das geht schon runter Irgendwo richtig in Pax Hast du fertig? Hast du fertig? Ja, ich guck gerade Ähm, München Äh, da Kann man auch beide gleichzeitig Würfeln nehmen Äh, beide raus Du kannst so einen Kasten drum ziehen Und dann kannst du die so Beide auf einmal werfen Achso, na gut Ich werfe jetzt erstmal so und so Hä, das war ja kein Wurf Mach mal richtig, Junge Warte, ich ziehe in den Kasten drum? Naja, wie auf dem Desktop so Mach ich doch Und dann macht er so gelb, aber Genau, dann kannst du einen nehmen Und dann hast du beide in der Hand Ah, jetzt Sehr gut Das war aber ein schwacher Wurf Aber der eine steht auf der Kante Kannst du gleich nochmal würfeln Ja, los So, eine 8 Sag mal, hast du nicht gefrühstückt? Was für Wurfe bei dir? Nee, ich hab nicht hier gefrühstückt Eins, zwei Schwach Die möchte ich auch haben Dann nochmal Die neue Straße? Ja Die Untergasse Jetzt hast du den 100 auf dem 10er Stapel gelegt Sag mal, was ist los bei dir? Oh verdammt Wie auf dem 1er Stapel Warte, ich wollte das erst Oh Mann, ey Jetzt kannst du deine Straße nehmen Die hier Achso, ich dachte Ach ja, stimmt Ne, orange Ach ja Ne, du stehst da auf der pinken Ich bin das Auto Ja Ach ja Sag mal, hast du pink orange Schwäche, oder? Der Hut Ich hab auf den Hut geguckt Der ist denn der Hut Zylinder Ah lecker Bahnhof, richtig bitte kaufen Wisst ihr, das ist ganz schön scheiße Wenn man als Lister dran ist Bahnhof West Weil alle gekauft haben, ne? Ja 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 Wie viel wollen die nochmal? 200 200 200 Hast du gerade gesagt 200? Ja, wieso? 200 wollen sie Bitteschön Möp, möp Oh, da kommt ein Auto Wir müssen den Tisch mal zur Seite schieben Warte, wer hier noch ist das? Blippi, Blippi Der hier ist es Dankeschön Bitte So, nehme ich ja wohl Boah, wieder nur so eine Lidige Zahl Och, ne Was kostet der Spaß bei dir? 200 Achso, ne, sie hat ihn ja gekauft Stimmt Stimmt, die hat ihn ja gekauft 25, ey, das ist ja Wucher 25 M Nein, 35 M Nehm, die mal 30 Und dann kriege ich 5 zurück Hoffentlich Der hat den Blumen nicht gekannt Ich nehme sie mir mal Der ist das Einer, ja? Ich will die auf der Hand nehmen, die Karte Ja, das ist irgendwie Ja, das ist wieder, aber nicht, wenn du die auf der Hand hast Achso Ja, wenn du jetzt so Karten ziehst So wie, äh, ein Ereignis oder so Die kannst du erst mal auf die Hand nehmen Da sind ja welche dabei, die du dann verd... Da, nee Die Sachen, die man verdeckt halten kann Ja, geh ins Gefängniskarte, glaube ich auch, oder? Die kann auch jeder sehen Ja, ne, das macht ja keinen Sinn, ja Äh, was passiert hier jetzt gerade? Ach, Herr Sen ist dran Herr Sen ist dran Was sind das? Nehmen wir mal die Würfel in die Mitte Ich rolle mal wieder so, ne? Das ist mir Zehn Zehn Ey, ihr würfelt immer so hoch und ich immer so niedrig Hier Unfair Sechs Sieben Acht Neun Zehn Lessingstraße Äh, ja, ist noch drin Die möchte ich kaufen Nein Was machst du denn, Mensch? Ja, ich leg's einfach so, 1,260, ne? Ja Gib mir mal ein Zehner wieder Ne, Banke wechselt nicht Ne, gib mir den Kostet Gebühr 5 Euro Ja, wie das Geld auszahlen bei den anderen Geldautomaten, ne? Heißt du? Äh, wie liegt denn da ein Stift auf dem Brett? Was? Das ist... Das ist mein Stift, wie meine Ohren sauer machen Das ist, äh, Kopfherrkopf Der Zeiger vom Kopf-Phantom da Ach, der wollte gerade malen, aha Ne, eigentlich nicht Ich bin auch für Würfel So, ich würfel dir mal Ja, ja, mach mal Ich mach jetzt auch mal so Alter Ah, wieder so ein Trick Äh, was machst du denn? Dein Die Zwürfel, die Zwürfel aber mal richtig Das ist ja schlimm bei dir Boah, das ist ja richtig schlimm 1, 2, 3, 4 Weiter, bitte Ich möchte ja nicht jeden Scheiß haben Nein Nee Und Herrn Cent möchte ich nicht nach der Straße kaufen Hehehe, der hat aber auch Hätte mich gefreut Der hat schon so viele Guck dir das mal an, der vier Stück Ja Ich will doch der Erste, der arm sein wird Da kann das auch Ich glaube, ja, das bin ich Falsche Karte Hä, echt? Hast du dir die blaue gezogen, oder? Mein Geld macht mich mal selbstständig Wie viel gibt's denn auch los eigentlich? 200 Rücke vor bis zum nächsten Werk Was wäre denn das Wasserwerk? Hehehe Ja, komm rum Hehehe Oh, ja, ähm Willst du kaufen? Und zahle dem Eigentümer Den 10-fachen Betrag Ja, ich will kaufen Den 10-fachen Betrag Das ist ja gut, dass keiner den hat Ja 150 Ja Hm Bitteschön, Bank Ich hab keine Süßigkeiten Was? Warst du nicht wieder einkaufen, wenn du zwei Kilo Tüte? Nein, ich hab nur wunderbar was hier Verdammt 80 Stück nur Wo ich grad von Süßigkeiten redet Oh nein Hehehe Ich hab nur Börger King Muss mir noch ein wunderbar öffnen Börger King treffen, Leute Ja, toll Du kommst mit, ich hol dich Immer alle Laptop mit dem Zocken da weiter Das ist alles blöd an Soll ich was verpasst? Ich hab mein Geld sortiert Ach nee, ey, ich komm auch nur auf Scheißfelder, ne? Du kannst nichts kaufen Äh Ja Dein Bauschparvertrag wird fällig Du hältst Achso, du hältst 150 Ich dachte schon, ich muss zahlen Erstmal meckern Das ist nämlich der scheiß Bauschparvertrag, alter Warum geht denn das Geld nicht so Doch, geht ja Ja Ah, perfekt Zen Ja, ist Ja, 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 ja Zen Roll Bezeh der Pasch Oh, ey Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Zen erstmal Äh Gefängniskarte, gehen das Gefängnis? Ja, sehr gut Verdient Darf ich jetzt eigentlich nochmal Pasch probieren oder nicht? Nee, 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 nee Jetzt gehst du ins Gefängnis Ja, nicht so Ich bin eins einfach Dann Ich bin sechs Ich 구